Hallo. Bats? Okay, nochmal mit Anlauf. Wie heißt dein Lieblingssong? Oh, ich habe keinen Lieblingssong. Ich habe mehrere Lieblingsalben. Sogar und auch ganz viele Bands. Mein Engel-Kanal gibt es momentan nicht mehr. Den strukturiere ich um. Da werde ich aber dann noch, wenn es soweit ist, was dazu sagen. Finde ich eh immer komisch. Leute, die sich auf einen Lieblingssong beschränken und sagen, das ist mein Lieblingssong. Wie kann man nur einen Lieblingssong haben? Ich verstehe das nicht. Man kann ja auch nicht nur eine Lieblingsband haben. Ich kann mich nicht mal auf 10 festlegen. Ich habe zu viele. Was passiert? Der Nightbot hat dich wieder ausgesetzt. Ich weiß nicht, warum du gesperrt wurdest. Wahrscheinlich war das für den Nightbot zu viel zu fern. Dann macht er das einfach. Der ist ja ganz frech. Ach, guck mal, jetzt. Wonder City wird mir angezeigt. Interessant. Gibt es hier in Wonder City eigentlich verkehrt vom Sachen? Nein, gibt es gar nicht. Interessant. Interessant. Na, wahrscheinlich, weil du zu viel hintereinander geschrieben hast oder so. Keine Ahnung. Der ist ja ein bisschen penibel manchmal. Wie presche ich das denn kaputt? Na, das geht nicht. Blöder Nightbot. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufbrüche. Soll ich dagegen fliegen? Aber das geht nicht. Ich habe oder? Nee. So weit hoch starte ich ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, hier bin ich auch nochmal gekommen. Shit, 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 shit. Okay, das war nicht geplant. Ja, okay, ich glaube, ich bin auch schon besucht. Das sag mal jetzt. Irgendwie muss das doch gehen. Warte mal, warte mal. Ich brauche mehr Zeit zum Denken. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wie ich da reinkomme. Ich versuche das jetzt noch einmal mit dieser Methode. Ob ich Nightwing oder Robin? Also vom Spielen her auf jeden Fall Nightwing. In den Comics hängt es von der Storyline ab und auch von welchem Robin wir hier reden. Also Dick Gray ist natürlich, aber gut, er ist auch Nightwing. Geht sowieso als Robin. Und auch in der Titan-Serie. Ja, und Tim Drake halt, ne? Die anderen Robins, die sind nicht so berauschelt. Geh. Drauf. Auf. Shit. Es muss irgendwie anders gehen, da oben rein zu kommen. Wahrscheinlich mehr wie. Alter, ich wollte schon ein bisschen. Ne. Dass man es ja nicht kaputt schießen kann, ne? Das ist einfach so ein bisschen. Das ist abgeschöpft. Hm. Warte, ich will mal schauen. Ne, so geht das nicht. Ey, ich weiß nicht mehr, wie ich an diese Truffee rankomme. Mein Gefühl hat mir hier gesagt, da durchfliegen. Rutsch machen. Oder das geht nicht. Oh, ich weiß nicht. Guck mal, die ist so ungreifbar an denen, ne? Warte mal. Drop mal. Drop mal. Drop mal. Geht mal runter. Ich hab mal eine Idee noch. Ne. Das war zu langsam. Ne. Hä? Den Schallbatterring? Der prallt wahrscheinlich genauso ab. Ne, dann. Ja. Geht aber nicht. Das ist doch nur Holz. Das müsste eigentlich kaputt gehen. Wenn man gegen bliegt. Ah, ich hab ne Idee. Erstmal holen wir die Truffee da unten. Jetzt müsste ich eigentlich genug Abstand haben. Ah. Falsch. Ich muss wahrscheinlich mich dagegen katapultieren. Ich brauche aber die höhere Kante. So, warte. Nicht da, nicht da. Ne. Der Winkel hat noch nicht gestimmt. Ich hab das alles schon gemacht. Aber ich weiß nichts mehr. Von früher. Warum, wie siehst du nicht den Hörerwegern? Was bringt's jetzt? Obwohl. Wenn ich den jetzt höre. Komm auf den Seilwerfer. Los. Nein. Ich bin schon etwas höher, oder? Ne, doch nicht. Bäm. So. So geht das. Ich brauchte nur mehr Anlauf. Freust du dich auch gut? Nach den, äh, Missionen? Ah ja. Ich hörte dazu zum Vervollständigen, ja? Ich hab irgendwo ne Trophäe, die ich nicht hab. Warte mal. Hier hinten dran. Ja, ja. Da. Da. Aber die hier drin hab ich schon, oder? Ah, ne. Die hab ich auch noch nicht. Ja gut, die dürfte einfach clever sein. So gut, ne? Ah, shit. Kannst du nicht da durch? Ich mein, es war mit dem Seilwerfer. Ich darf nur nicht landen, aber der landet automatisch. Geht er drauf? Ich mein, es war mit dem Seilwerfer. Ich mein, es war mit dem Seilwerfer. Ich mein, es war mit dem Seilwerfer. Nee, bin verwehrt. Achso. Ne, bitte dran. Achso, die konnte ich nur nicht öffnen, weil ich da nicht die Tiger-Code, äh, Dinger an. Ich höre gerade von unten, oder? Okay, damit haben wir auf jeden Fall einen weiteren Upchat. Kannst du mal eine Roomtour machen? Ja, vielleicht irgendwann mal. Special oder irgendwas, keine Ahnung, weiß noch nicht. Irgendwo da unten ist ein Dämon. Ah, wir haben wieder einen Stealth, wahrscheinlich. Ungewöhnlich, das nicht mit Tiger-Wachen hier zu machen. Hm. Geh rüber und sieh nach, wer da schreit! Hä? Ich bin mir sicher, dass... Was zum Teufel! Was ist sonst mit dir passiert? Wie bist du da rausgekommen? Hilfe! Schneide dich los! Was? Er ist weg! Ich hab ihn verloren! Findet ihn! Sofort! Wie viele haben wir noch? Zwei Stück. Easy game! Ah, hast du Schiss? Der hatte schon Schiss. So lange, Bowser! Jetzt können wir den Raum hier erstmal ein bisschen aufbauen. Hier oben soll irgendwo ein Dämonenkopf sein. Hä? Wo ist die hier unten? Ah, hier unten! Ohne! Ein bisschen sieht es eigentlich schon aus wie das Emblem von Witcher, oder? Welche ist deine Lieblingsstapel von Gotham? Die erste und die dritte auf jeden Fall. Die letzte von dich, meh. Hatte eigentlich ein hohes Niveau, die Serie, aber wie gesagt, die letzte war echt meh. Vor allem, es wird dann auch irgendwie so weird, wie viele Storylines, die aus den Comics geholt haben, zu denen Batman eigentlich volljährig war und nicht noch ein Teenager. Der Baum ist da noch da innen. Macht Spaß? Cool, ich fange mal hier. Ich bin verwirrt, wo muss ich durch? Irgendwo, oder was? Äh, nandato? Nein. Ha! Da geht's ja normal weiter, aber ich... Auf dem soll ich eine... Ah, ich weiß, wo ich lang muss. Wo die Ärztin war, gell? Jetzt häng ich noch hier? Nee, die ist wahrscheinlich nach dem Endgame weggegangen. Jetzt bin ich richtig. Okay. Okay. Irgendwie steht das Straßen. Und wo genau? Na, ist wahrscheinlich alles, äh, irgendwas im Wasser oder so. Na, die eine ist... Ist das da oben ein? Hä? Glitcht da aber rum gerade, oder? Da finde ich mir was ein. Und dann da. Ah, ich verstehe. Hast du Geschwister? Nö, nicht, dass ich wüsste. Obwohl, vielleicht hat dieser Jadag von meinem biologisch-männischen Erzeuger, nachdem er meine Mutter sitzen gelassen hat, irgendwo eine andere Familie gegründet. Er kann mir gestorben sein. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich bin irgendwie zu blöd, hier wieder zurückzukommen. Ich will aber nicht auf Erlassen gehen. So, geht doch. Aha. Nein, ich bin jetzt doch in den verlassenen Bereich. Ha, ha. Fail. Ich wollte mich in eine ganz andere Richtung. Muss ich mal da mal gucken. Ich habe null Orientierung. Ich bin schlimmer als Zorro. Obwohl ich in dem Relay eine viel bessere Situation habe. Ich bin jetzt hier bei den Spielen. Wer geht das? Habe ich das jetzt schon gemacht? Das sieht auf jeden Fall erledigt aus. Sonst würde jetzt hier noch was kommen. Oh ja, Ero Wars habe ich abgefeiert. Leider war nicht alle Stochen sehr gut. Also, ich schaue das ganze Ero Wars. Da gehört ja nicht nur Ero dazu, sondern auch Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Doom Patrol, Titans, Lucifer mittlerweile, Black Lightning. Und ich muss sagen, cooles Finale auf jeden Fall. Ansonsten waren es noch die 1, 2 und 5, 4, 4. Obwohl sie arrogant und schön zum Batman Verschnitt gemacht haben. Der ist ja eigentlich nicht so düster. Was ist da zur Kunde gerichtet? So, hier soll ein Rätsel sein. Wahrscheinlich das da. Für alles, aber wird es Zeit, die Times zu lesen. Da haben wir noch zwei Rätsel und eine Trophäe. Und dann geht es noch im Turm weiter. Und wäre ich dann durch mit Wonder City, dann wäre ich durch mit Wonder City. Coole Sache. Aber wir schaffen es auf jeden Fall jetzt. Wir dürften eigentlich alles sein. Wenn ich nicht wüsste, wo diese scheiß Warrior-Getzel ist, gell? Das triggert mich halt. Sowas von dermaßen. Achso. Ich verstehe, warum ich die nicht eingesammelt habe. Die Termine. Bananarama. Ich verstehe, warum ich nicht so. 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 Vielen Dank.